So liebe Freunde von fröhlichem Meeresgetier, Schollen mit Krabben heißen Büsumma Art. Würze die mit Lemonpepper. Ich versuche diese Riesenspezie in meine Fischpfanne zu kriegen. Nach circa drei bis vier Minuten versuche ich die Bieser umzudrehen und würze auch hier nochmal mit ein bisschen Lemonpepper. Dann kommen die Tiere auf den Teller. In der Pfanne schwenke ich die Krabben ganz kurz. Gib etwas Limette dazu. Etwas Dill drüber. Und fertig.